Hallo Renato. Servus. Pommes mit Mayo oder Ketchup? Mayo. Wie gehst du ans Telefon? Hallo. Was hilft besser beim Texten? Schmerz oder Liebe? Schmerz. Wie viele Lagen hat dein Klopapier? Vierlage ich. Was ist an der Kleinstadt so sexy? Alles. Wann hast du zuletzt geweint? Vor einer Woche. Und warum? Positives Wein. Deine Lieblings-Rap-Line? Boah, kann ich nicht sagen. Zu viele. Was wird dir immer wieder auf Social Media vom Algorithmus in die Timeline gespült? Gut. Gute Frage. Man denkt immer so, okay, ich bin eigentlich von so viel genervt, was mir reingespült wird. Jetzt, wenn man gefragt wird, natürlich weiß man es nicht mehr. Mir fällt es nicht mehr ein tatsächlich. Es ist zu viel. Yoga oder Joghurt? Yoga. Frühling oder Herbst? Herbst. Rinn oder raus? Rinn. Wie beschreibst du deinen Sound? Divers. Mit wem hast du zuletzt einen Lachflash gehabt? Mit einem Golf-Kollegen gestern. Einen sehr, sehr krassen Lachflash. Warum? Wir haben uns quasi über den anderen, über den dritten lustig gemacht. Es war extrem witzig. Sektor, biete ich ein Bissing oder Kroatien? Biete ich ein Bissinger. Kuscheltier oder Tiere kuscheln? Kuscheltier. Aus wie vielen Einzelknochen besteht eine menschliche Hand? 27. 27? Kannst du backen? Ja. Wofür steht dein Künstlername Rinn nochmal genau? Das ist die Abkürzung. Mein alter Spitzname war mal Rino. Laut Internet bist du reich. Stimmt das? Ich glaube ja. Zumindest würden manche das sagen. Was hast du durch deine Karriere gelernt? Vieles. Was hast du durch deine Karriere gelernt? Vieles. Also kann ich gar nicht so kurz fassen. Schwierig. Ich habe alle menschlichen Emotionen erlebt, die man erleben kann, in glaube ich fast ihrer höchsten Form. Sowohl positiv als auch negativ. Hast du einen Lieblingssong von dir selbst? Von mir selbst? Schwierig. Es sind mehrere Songs, die ich von mir selber mag und genieße. Es ist immer mutabhängig. Magst du Interviews oder nerven die nur? Teils, teils. Du darfst jemanden grüßen. Ich grüße Felix Lobrecht. Dein Gesicht, wenn endlich wieder Sonntag ist und es Kuchen gibt. Danke Rinn. Perfekt.